Ich denke das Perfect Match ist sehr sehr entscheidend einfach für unsere Gewissheit und auch fürs Team damit wir endlich vorankommen. Einerseits wünsche ich dem Team wirklich wirklich aus reinem Herzen, dass wir jetzt endlich mal ein Perfect Match haben. Andererseits möchte ich gern noch die Zeit bisschen mit Dustin verbringen. Tschüüüüüüüüu! Oh mein Gott, das Erste war kein Fest! Das Erste, mega glücklich, richtig cool. Wir sind 1 Schritt nach vorne gekommen von 10 Schritten. Perfect match. Perfect match. Krass, einfach krass. Nur noch 9. Sehr stark. Du weißt doch, wie das schleppt es? Mario ist da Scheiße gebaut. Wir haben 50 Mille verloren. Sophia kam rein, das hat 50k gekostet und ist wieder gegangen. Wirklich? Ja, das hat 50.000 gekostet, als er die Kamera weggedreht hat. Wir haben jetzt nur noch 200.000 im Pots. Mach dir noch eine schöne Woche. Du auch. Ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit, die wir noch hier haben mit Isabel. Ich glaube, ich kann sie jetzt auf jeden Fall offener von einer anderen Seite kennenlernen und kann mit ihr mehr Zeit verbringen. Auf geht's, ab an die Bar! 20 Singles suchen ihr Perfect Match. Und ihr sicherlich neue Videos, die gibt's hier. Und die ganze Staffel gibt's dort. 5 discendet, die wir noch auf, auf das Bildschirm aus dem Internet. Genau. Und das ist ja, wenn ihr es lohnt. Und ihr kennt ihr! Und das ist ja, wenn ihr euch jetzt wisst. Und das ist ja, wenn ihr euch jetzt auch. Amen.